und ja die tage werden mal wieder länger das heißt man kann mal wieder so ein bisschen was machen mit solarenergie ist dann heute mal der plan auch wenn er ein bisschen nennen wir es sehr viel gebastelt fangen wir erst mal mit dem hintergrund an ich habe da ein paar geräte in etwas abgelegenen bereich und die laufen aktuell mit batterie das ist nervig weil batterien muss man ab und zu austauschen beziehungsweise akkus natürlich laden das geht bisher nicht remote heißt ich muss aufstehen und wenn ich aufstehen muss ist das schlecht für meine faulheit also da muss wohl eine lösung her hauptsächlich geht es darum zwei sachen zum einen sensor sagen wir mal das wird so vielleicht eine wattstunde am tag sein und es geht um ein mobilgerät da reden wir so von sagen wir mal vier wattstunden am tag das muss schön rechnen können allerdings mit der einschränkung dass diese vier wattstunden die können nur geladen werden abends oder am wochenende das heißt ich habe nicht die möglichkeit wochentags tagsüber wenn die sonne scheint direkt die energie in diesen dieses mobile gerät zu machen das heißt für mich zwei sachen ich muss zum einen irgendwie fünf wattstunden am tag zusammen bekommen an energie und muss die energie irgendwie speichern fangen wir mal mit dem speichern an da habe ich hier so was das sind liefe pro vier zellen also lithium eisenphosphat im prinzip einfachen akku im gegensatz zu den lithium-ionen akkus die man zum beispiel aus handy oder laptop kennt haben die hier nicht ganz so viel energie die sie speichern können dafür erhalten sie länger und sind ein bisschen weniger problematisch was so nennen wir es mal unschöne behandlung angeht die zelle die ich hier habe 28 650 das ist eine standard baugröße jede davon die hat eine nennspannung von ungefähr 3,2 volt natürlich mehr wenn sie vollgeladen ist weniger wenn sie leer wird sagen wir mal 3,2 volt bei drei ampere stunden und von denen möchte ich vier stück benutzen über dem daumen gepeilt macht das dann ungefähr 38 und halb watt stunden 38 5 watt stunden brauchen am tag das heißt wir haben definitiv reserve für dunkle tage darüber rechnen sind wir etwa bei einer woche die wir an reserve haben sagen wir mal realistisch gesehen eher so fünf tage weil wir haben ja noch effizienz verluste bei umwandlung und so weiter ja wenn wir dann vier zellen haben dann müssen wir die auch noch irgendwie sinnvoll verschalten ich werde es erstmal in der sogenannten 4s konfiguration machen das heißt also vier zellen hintereinander hat man einfach einen grund erzählen hintereinander machen dann steigt die spannung das heißt also wir haben statt den 3,2 volt dann plötzlich vier mal 3,2 volt macht 12,8 volt als nennspannung wenn wir das ding komplett voll laden dann sind wir bei 14,6 volt das sind alles spannungen die sind sehr nah an einem kfz bordnetz und hat dann den wunderschönen vorteil dass man im prinzip alles was so für autos gebaut ist mit großer wahrscheinlichkeit auch damit verwenden kann das heißt es gibt viele fertige module zu kaufen also sowas wie ladegeräte umwandler und der ganze spaß das macht es für mich jetzt erstmal einfacher das ding ans laufen zu kriegen ob ich das dauerhaft so behalten werde muss ich mal gucken die alternative wäre zum beispiel 4p also vier parallel schalten wenn wir parallel schalten dann bleibt das was wir an energie speichern können eigentlich quasi gleich allerdings ändern sich die werte was hoch geht bei 4s hatten wir die spannung die hoch geht also 12 volt hier würde jetzt die milliampere stunden hochgehen oder amperestunden eine zelle hat drei amperestunden wenn wir die vier dann zusammensetzen aber vier mal drei sind 12 amperestunden theoretisch könnte ich das auch nutzen da bräuchte ich dann zum beispiel ein step up regler wenn ich auf 5 volt für usb ausgang kommen möchte da gäbe es auch jede menge zeug für weil viele power banks halt sehr ähnlich funktionieren ich habe mich jetzt hier aus zwei gründen dagegen entschieden zum einen das meiste was es an fertigen sachen für solche power banks gibt das ist auf die klassischen lithium zellen der nächste mal ausgelegt das heißt also 3,7 volt nennspannung und 4,2 volt lade schluss spannung das heißt das würde nicht mit den zellen hier funktionieren und das zweite ich wollte ja per solar nachladen das heißt also ich werde irgendwelche solar panel holen und die kleinsten die man so üblicherweise in sinnvollen varianten bekommt sind 12 volt panel heißen sie realistisch gesehen liegen die er so bei 18 19 20 volt die spannung ist also ohnehin schon höher als wenn ich mir ein 12 volt akku mit 4s baue von daher da ist der abstand da nicht so groß ist im zweifel ein bisschen effizienter und einfacher zu handhaben so das heißt mein akku ist gesetzt hauptsächlich war liegt hier rum und ich habe alles da fehlt noch wie gesagt solar und das war ein bisschen kompliziert ich gesagt habe ich das projekt schon ein bisschen länger hier rum liegen und aufgebaut und da gab es so ein kleines problem denn zur zeit als ich das gemacht hatte da wollten irgendwie alle leute solar und haben blind alles weg gekauft was geht er hat auch dazu geführt dass insbesondere viele lokale hersteller oder größere hersteller dazu übergegangen sind ihre komplette produktionskapazität so gut wie es geht auf dinge wie balkonsolar oder so zu legen und nee sorry leute muss nicht sein wenn ich solar mache dann ist es entweder eine insel oder was vernünftiges was dann netz gekoppelt wäre zumindest wenn ich dann irgendwann mal darf hier aber wie gesagt erst mal 12 volt inselnetz und ja da gibt es dann so ein kleines problem diese ganzen sachen die die nur noch hergestellt haben die eignen sich nicht wirklich dafür also ja vernünftiges zeug wird eher schwierig habe mich dann umgeguckt und hat zum glück noch was aus der ersatzteilecke gefunden was aber für meine zwecke eigentlich passen sollte und zwar ist es ein solarpanel was eigentlich für springbrunnen gedacht ist sieht hier so aus und ist auf jeden fall mal was anderes als die üblichen module die ich sonst so habe normalerweise wenn man solarmodul holt hat man noch ein alu rahmen drum eine glas scheibe vorn drauf die das ganze dann auch schützt hier in dem fall das ding hier ist wie man eventuell erkennen kann durchsichtiges plastik sogar zwischen den zellen kann man durchgucken und auch sonst wir haben ein fertiges kabel mit einer dc buchse hier so nach 5,5 war dran und auf der rückseite auch nicht viel zu sehen haben halt einen fest silikonierten kasten hier mit den anschlüssen und können schön sehen wie das ganze hier von hinten aussieht prinzip haben wir hier einfach die einzelnen zellen zur solarzelle eine einzelne ich glaube die waren bei einem halben volt in etwa was wir hinten dann haben das ist der sogenannte bus das ist dieses wunderschöne ding hier mit diesen drei dünnen metallstreifen die wir sehen das sind aber eigentlich keine durchgehenden streifen sondern das sind tatsächlich verbindungen zwischen diesen einzelnen zellstreifen die wir haben das nämlich hier zum beispiel auf dieser zelle hier festgemacht festgelötet auf der rückseite geht dann auf dem weg zur nächsten zelle aber nicht direkt einfach hier drüber sondern der springt auf die andere seite auf die vorderseite und ist dann bei hier der zelle auf der vorderseite angelötet und das haben wir sowohl hier hier und hier das heißt also an drei stellen einfach um den spannungsverlust über diese zelle hier gering zu halten so dass man jeder kannte an jeder ecke von dieser zelle rechts links und in der mitte jeweils abgreift und da direkt den strom der da ist weg transportiert oder die spannung so die laufen dann entsprechend hier lang jede von den zellen macht etwa ein halbes volt und wenn wir mal zählen ein volt zwei volt drei volt vier volt fünf sechs volt das heißt mit der hier zusammen dann zwölf volt soweit der plan am ende gibt es dann bei der letzten zelle und bei der letzten zelle jeweils einen großen streifen der die drei hier zusammenfasst und hinten bei dem geht es über den großen streifen zum anschlusskasten und hier geht es entsprechend von dem streifen zum anschlusskasten das ist das was dann hier rauskommt mit etwas glück ist ja auch noch eine sogenannte freilauf diode drin die ist aber nur relevant wenn man die zellen miteinander verschaltet also mehrere benutzt von daher lassen wir die jetzt mal weg ja schön zu sehen dass man hier die zelle auch so mal von etwas anderen perspektive sehen kann die frage ist natürlich klappt der ganze kram technisch sehe ich jetzt erstmal kein problem hier sieht zwar so ein bisschen komisch nach rissen aus aber das was wir hier sehen das ist einfach nur klebeband womit die was festgemacht haben die zählen selber sind bisher zumindest noch unbeschädigt wie so bisher naja es ist halt nur plastik das kann man sehr stark biegen das heißt also allzu viel mechanischen schutz haben wir da nicht was wir auch nicht haben das ist irgendeine form von typ typen bezeichnung oder irgendwas ich habe ja eben schon gesagt ich gehe sehr stark davon aus dass das 12 volt sind einfach von der anzahl der zellen glücklicherweise stand aber im internet ein bisschen was die offizielle aussage hier zu dem ding ist das ding soll angeblich einen p max also maximale leistung von zehn watt haben die open circuit spannung 14,4 volt das ist für ein 12 volt system eigentlich relativ gering aber kann ich mit umgehen kurzschlussstrom 0,911 also ampere die maximale leistung soll er bei 12 volt bringen da gibt es dann 0,83 ampere wenn wir mal durchrechnen sind knapp unter 10 watt würde also erstmal hinkommen ansonsten maximale system spannung 1000 volt dc bin mir jetzt nicht sicher ob ich über das kabel hier 1000 volt jagen möchte aber für mich auch nicht relevant wie gesagt ich möchte ja nicht zusammenschalten am ende es steht 10 watt drauf das hieße dann wir hatten ja gesagt wir haben irgendwie 38,5 watt stunden im akku das heißt wenn der akku komplett leer wäre und wir volle sonne hätten und wir sagen wir hätten eine halbwegs brauchbare effizienz hieße das vier stunden volle sonne bis dass ich den akku komplett wieder voll hätte und ja vier stunden sonne ist denke ich zusammen zu bekommen also 10 watt sollte da ausreichend sein ansonsten keine weiteren angaben das heißt also muss ich wohl erstmal so glauben glauben tue ich aber nichts das heißt wenn ich glauben will muss messen gehen wir mal unser multimeter holen und gucken schon mal uns die ersten werte an also erster test was sagt denn die spannung ich habe zwar jetzt hier mehr oder weniger nur raumlicht aber wir sollten wenigstens so ich werde schon mal so 10 volt oder sowas hinbekommen wie gesagt ist hier ist deutlich geringere spannung als die üblichen 10 watt 12 volt module die man so hat von daher ich habe noch so meine zweifel dass wirklich 10 watt am ende raus kommen aber gucken wir erst mal erster blick spannung kommt raus 8 volt 7,4 ja gut wie gesagt ich bin jetzt gerade drin äh draußen ist gerade mal wieder regensturm von daher die lasse ich noch durchgehen und kurzschluss mal gucken ob wir auch strom raus bekommen ich habe mir schon mal einen stecker geholt machen wir den noch mal hier rein schließen hier hinten kurz und gucken was da passiert gerade erst noch mal zur sicherheit ob die spannung hier auch durchkommt dass wir eine vernünftige verbindung haben und Spannung 6, irgendwas wollt jo ich bin ja gerade auch mit meinen patsche händchen davor wenn wir die hier bisschen anders machen sind wir bei 7 volt okay dann gucken wir mal wie viel ampere das sind ich denke mit der 2 ampere einstellung sind wir mehr als gut dabei also einmal drum null einstellung und wo können wir denn hingehen dass wir hier möglichst nicht so viel davor hängen und wenn ich jetzt hier hingehe und kurzschließe müssten wir was sehen aktuell aber 8 milliampere ne die aktuell habe ich noch auseinander so ich halte jetzt zusammen und wie sie sehen sehen sie nichts also unter einem milliampere na gut ich schiebe das jetzt mal hier drauf aber ich warte dann mal ab bis dass es ein bisschen heller draußen wird dann gucken wir mal so garantie gebe ich nicht aber zumindest regnet es gerade nicht also gucken wir mal aktuell liefert das ding 11,7 volt ist jetzt halt stark bewölkt und das ding liegt aktuell noch im schatten ändern wir das erst mal wieder auf constant voltage okay und 12 volt haben wir gesagt dann schieben wir das ding mal nach draußen und hey wir haben über 12 volt der beginnt jetzt auch ne ne tut sich doch relativ schwer sobald er anläuft bricht die spannung ein ich sehe mal kurz irgendwie so 0,3 watt drauf blitzen 0,5 mal na gut ich fürchte wir müssen dann doch noch darauf warten dass hier ein bisschen mehr sonne rauskommt also alles zusammen ja nicht ganz ein paar sachen fehlen uns noch das erste was man haben möchte wäre ein bms batterie management system das ist normalerweise ein system welches dafür sorgt dass der akku in sinnvollen bahnen bleibt das heißt nicht zu voll geladen wird nicht zu leer läuft die zellen wenn man die hintereinander schaltet dass die ungefähr die gleiche spannung haben sich das alles gleichmäßig verteilt ich habe hier ein board ich tue mich ein bisschen schwer das bms zu nennen das ist also das günstigste was man bekommen kann was hier drauf ist oder drauf sein sollte da ist ein ganz grundlegender schutz unten ein paar schaltungen die akkus die höher werden von der spannung als sie sollen dann wieder absichtlich entladen das ist deren balancing also dass die gleich werden das ist alles nicht toll aber es ist zumindest etwas und sollte zumindest die gröbsten unfälle hoffentlich verhindern das zweite was wir brauchen ist verbraucher da hatte ich ja eben schon gesagt ich gehe erstmal auf die 12 volt da hole ich mir irgendein auto usb ladegerät dann kann ich usb sprechen lassen wir also erstmal hier weg und das dritte was so das größte problem ist wie gesagt wir haben da eine solarzelle die hat schwankende spannungen die wollen wir in den akku bekommen und um das zu machen brauchen wir dann eine halbwegs sinnvolle spannung und gegebenenfalls ein stromlimit gehen wir mal von unserer solarzelle aus das ist geschrieben als 10 watt die meisten von diesen panel die arbeiten mit ungefähr so 18 volt im peak das hieße wir haben so knapp ein halbes ampere an strom was dann bei 18 volt uns da entgegen kommt zumindest mal best case was wir nicht ausnutzen werden heißt für mich aber auch strom kann ich erstmal ignorieren selbst wenn da dieses halbe ampere rein kommt das können die akkus problemlos ab da muss ich nicht noch künstlichen strom limit rein machen das heißt der teil ist schon mal optional was ich aber machen muss ist ein spannungs limit die lade schluss spannung von diesen akkus wenn wir die hintereinander schalten wäre dann zusammen sagen wir mal 14,6 volt bei 3,65 volt pro zelle das ist so das maximum was man im allergrößten fall nutzen sollte sagen wir mal 14,5 volt damit sind wir ganz gut dabei im zweifelsfall sogar weniger dann hält der akku noch was länger das heißt also wir müssen von den 18 volt auf 14,5 runter überraschung wir brauchen einen step down und meine erste idee war es das ding hier zu benutzen das ist ein so genannter bug boost regulator der hat den vorteil dass er die spannung sowohl hoch als auch runter machen kann mein gedanke dabei war naja wenn wenig sonne gerade da ist kann ja auch die spannung mal tiefer sein als die 14 volt oder was wir gesagt haben dann kann er das auch ein bisschen hoch drücken bonusrunde der hier der kann sowohl constant voltage als auch constant current das heißt also wir hätten sogar ein strom limit falls ich irgendwann mal mehr solar dranhängen wollte das problem ist wenn wir das einstellen und anklemmen dann sieht das hier so aus es scheint fast so als ob das ding nicht starten kann das heißt also wahrscheinlich läuft es aktuell so ab die solarzelle liefert strom beziehungsweise spannung damit wird der kondensator am eingang geladen irgendwann sieht das modul oh da ist sonne dann können wir ja loslegen fängt an seine internen spannungsregler anzusteuern die schaltregler durch diesen start sinkt die spannung aber die das solarmodul kriegt nicht genügend energie nachgeliefert und diese spannung sinkt dann so weit runter dass die logik nicht mehr laufen kann schaltet ab und dann haben wir go to 1 das heißt also irgendwann würde er einfach wieder genügend laden dass er wieder einen startversuch unternimmt und das wiederholt sich halt dann unendlich heißt also das ding ist offensichtlich nicht hierfür funktionsfähig meine nächste idee war dann einfach ein step down dran zu hängen step down hätte den wunderschönen vorteil dass wir nicht allzu viel an intelligenz da brauchen die dinger habe ich halt in größerer anzahl irgendwo in der schublade liegen aber das war mir dann doch ein bisschen zu heikel denn die normalen module die ich habe das sind hier so kleine dinger je nachdem welches datenblatt man liest da steht was von 20 21 vielleicht mal 22 volt als eingangsspannung mit dem modul was ich hier habe der solarmodul wird es wahrscheinlich in der praxis funktionieren das problem ist ich möchte ungern hier ein risiko eingehen so ein solarmodul was mit 12 volt arbeitet ich habe ja gesagt 12 volt ist so der marketing name weil es halt für 12 volt batterien oft verwendet wird aber der maximum powerpoint der ist eher so bei 17 18 volt wenn wir keine strom ziehen dann geht aber die spannung noch weiter hoch und meistens hat man eine leerlaufspannung von so 22 bis 25 vielleicht sogar noch mehr volt es wäre dann drüber das heißt beim ersten anklemmen von diesem spannungsregler oder das erste mal wenn er sinnvoll losläuft könnte es passieren dass die spannung über der erlaubten eingangsspannung liegt wahrscheinlich wird nichts passieren einfach weil die spannung von dem solarmodul so schnell einbricht dass da der impuls so kurz ist dass die ganze elektronik das ab kann aber ich will es auch nicht riskieren weil wenn da irgendwie ein kurzschluss passiert und er mir die akkus kurz schließt nee das muss nicht sein deswegen bin ich auf ein größeres step down modul gegangen das wäre dann dieses hier kann theoretisch mehr watt auch wenn sie nicht da sind hat ein bisschen größeren spannungsbereich am eingang das sollte passen und das hat es dann auch also fast denn jetzt ging es dummerweise in die andere richtung das solarmodul ist tiefer eingebrochen als ich dachte denn jetzt hatte ich teilweise das problem dass die spannung vom solarmodul in den randlagen das heißt also am morgen oder am abend oder mit starke bewölkung ist so tief war dass er damit den akku nicht laden konnte mir ist dann schlussendlich die laune vergangen ich habe noch ein generisches step up modul davor gedübelt was dann die spannung vorher ein bisschen hoch drückt es hat wahrscheinlich eine effizienz von nein aber naja es funktioniert immerhin das heißt also ich habe jetzt hier vorne einen eingang der geht über einen step up macht daraus eine höhere spannung von ich glaube 15 16 volt dahinter kommt dann der step down der dafür sorgt dass dann das ganze auf dieser 14,5 volt gedeckelt wird und das nicht höher steigen kann das ist definitiv nicht das was ich haben wollte und ich muss mal gucken ob ich da noch irgendwie andere sachen finde die besser funktionieren der buck boost am anfang der hätte mir deutlich besser gefallen wenn er funktioniert hätte aber hier so geht es zumindest ich kriege den akku geladen und naja an den akku hinten was dran zu hängen das ist dann auch nicht so das große problem aktuell schlägt sich nicht wirklich gut die akkus sind regelmäßig leer ich denke da kommen jetzt aber zwei probleme zusammen zum einen das ganze ladeding was gebaut habe hat noch ein problem und zwar gibt es keinen wirklichen rückstrom schutz das heißt also wenn keine sonne da ist fließt teilweise energie von den akkus zurück in diese step up und step down module versorgen da ein bisschen die logik und das draint halt den akku das müsste eigentlich nicht sein muss ich mal gucken ob ich das irgendwie in den griff bekomme einfachste variante wäre natürlich diode aber diode ist ein bisschen nervig wenn man irgendwie recht genau eine spannung halten möchte weil sich der voltage drop da auch ändern kann je nach last das zweite was wahrscheinlich das größere problem ist das ist das solarmodul es steht 10 watt drauf aber ich habe es mal versucht zu messen ich habe jetzt keine wirklichen solarmessgeräte oder sowas aber wenn ich mal so per hand ein bisschen mppt spiele und ein bisschen hin und her mache das maximum was ich da so rauskriege sind 6 7 watt und das auch bei relativ geringen spannungen das gleichzeitig mit dem ineffizienten eingang den ich aktuell habe naja das wird bei hier dem wetter dann eher schwierig am ende bleibt jetzt wohl nur abwarten in den letzten tagen sah es so aus als ob immer mal wieder spannung da wäre die gut aussieht also ich gehe davon aus wenn jetzt die sonne öfter mal rauskommt dann sollte das passen und dann passend nachladen ja und so sieht das ganze jetzt fertig aus sicher da kann man auch an vielen stellen dinge verbessern aber ehrlich gesagt es klappt besser als ich mir das vorgestellt hätte gerade auch mit hier mit diesem step up step down hintereinander die effizienz ist gar nicht mal so schlecht muss ich ehrlich sagen das können wir uns auch genauer angucken ich habe hier mal ein schönes diagramm ausgepackt und so sieht die spannung vom akku die ganze zeit aus wir sehen jetzt hier im linken bereich die ganze zeit so 13,2, 13,4 volt das war noch in einem bereich wo ich den eingang am umstellen war da war noch keine diode dazwischen und nix deswegen halt auch sehr schnell der spannungsabfall sobald hier ja die sonne weg war ist die spannung direkt eingebrochen weil der akku halt fleißig weiter den step up und step down dann noch weiter versorgt haben aber selbst hier wo das der fall war kann man hier schön sehen an sonnigen tagen ist die durchschnittliche spannung durchaus ein bisschen gestiegen und dann hier hinten hier hatte ich jetzt die diode eingebaut und wir sehen jetzt hier der ist mehr oder weniger direkt hochgegangen hier auf 13,65 volt war hier das war glaube ich 17 uhr da ist die sonne dann schon weggegangen ab da geht es runter und dann am nächsten tag hier 8 uhr geht es los und dann ist er innerhalb von zwei stunden so um den dreh auf 14,2 volt über 14,2 volt und seitdem hält er sich auch relativ konstant über den 14 volt auf jeden fall teilweise auch über den 14,2 ist allerdings ein stern dabei denn das hier ist aktuell ausschließlich mit dem sensor den wir gesehen haben das heißt also nur etwa ein fünftel der last das andere system da haben sich ein paar dinge geändert das braucht inzwischen wahrscheinlich auch ein paar watt stunden mehr aber ja momentan sehe ich da jetzt kein so großes problem denn wir sind hier bei einem sehr hohen ladestand auch wenn wir jetzt hier natürlich jede nacht sehen dass er absinkt klar ist halt keine sonne mehr da aber er sinkt relativ langsam ab und die nennspannung wo er am längsten sage ich mal die ganze sache hält das ist eher so bei 13 volt um den dreh das heißt da haben wir noch ordentlich luft und ich gehe davon aus dass der ganze system hier auch kein problem damit hat dann die last noch zu übernehmen auch wenn wir jetzt hier gucken weil hier nur auf den letzten tag gehen mit dem nachladen morgens um 8 9 uhr geht es aktuell los und dann haben wir die volle spannung so gegen 10 11 uhr erreicht das heißt also aktuell brauchen wir zwei stunden zum nachladen wir haben noch ordentlich zeit so bis 16 17 uhr ist die sonne auf dem panel also da kann man noch ordentlich was nachladen das sollte eigentlich passen aber fürs erste der sensor läuft durch ich muss nichts mehr mit batterien rumhantieren ich habe auch strom für andere sachen in der ecke und wie wir hier sehen können wird immer fleißig nachgeladen und auf gut deutsch fürs erste tut das ganze was es soll das ist das geschehen abeim abeim so da jetzt so